In diesem Video zeige ich euch, wie man das Muster glatt rechts strickt. Dazu am Anfang der Reihe betrachte ich, wo sich der Faden befindet. In dem Fall befindet sich der Faden auf der hinteren Seite der Nadel, hinter der Nadel hier. Das sagt mir, dass ich rechte Maschen stricken muss. Diese Reihe stricke ich in rechten Maschen. Wenn ich mir das Ganze jetzt nach der Reihe angucke, befindet sich der Faden hier vorne. Wenn der Faden sich vor der Nadel befindet, sagt mir, dass er sich linke Maschen stricken muss. Die ganze Reihe werde ich jetzt in links stricken. Wenn man sich das Ganze jetzt anguckt, befindet sich der Faden wieder dahinter. Das heißt, die nächste Reihe wäre wieder rechts. Und das Muster sieht dann so aus. Also ab da habt ihr auf der Vorderseite solche Zöpfe. Und auf der Hinterseite ist es graus. Dieses Muster nennt man glatt rechts. Das ist ganz schön, zum Beispiel für Pullover und so weiter. Das ist ganz schön, zum Beispiel für Pullover und so weiter. Vielen Dank.